Morgen Herr Professor, wohin soll ich den gehen? Zu Haus C bitte. Geht's klar? Geht's? Doch, du müsst ein Stück mitfahren? Ich muss zur Schule, weißt du doch. Was ist denn passiert? Jossa hat einen Toten gefunden. Krass. Bist du stolz? Ja. Achim, los! Tag, Herr Glüter. Der hat seiner Frau die Brustwarzen abgebissen. Echt? Aber das bleibt unter uns sein. Ja. Wer hat den Kuchen gebacken? Meine Frau. Was hast du für sie bezahlt, Herr Professor? Wir haben eigentlich auch mal 50 so eine Party. Echt ein Gästchen, so ganz normal. Die sind doch echt. Meine Eckmanns, Henkels, Jakobs. Ob die Henkels normal wären. Was ist das eigentlich für eine Krankheit, die immer in der Beefy ist? Ich versuche mich umzubringen. Was? Warum betrückst du Mama? Ähm, wir haben gerade Sachen besprochen. Ich wollte Frau Ehlers jetzt ans Tor bringen. Ich möchte ein Eisbär sein. Dem Katerpola. Damit kannst du fast alles ganz toll zu schneiden. Das probiere ich gleich mal aus. Guck mal. Halbe Praline in der Verpackung für Frau Ehlers. Aua! Geht in euer Zimmer. Geht nach oben! Aua! Aua! We pray each day. May you come home. And be okay for now. We wait for you. For you to come home. Ist das wieder Italien? Merkst du, wie es wärmer wird, nur weil du aufs Bild guckst? Stimmt. Hab die Heizung hochgedreht. War arschkalt. Däkupp. Anpf ol! Däkupp. Däkupp. Däkupp.